Oh, coole Sache das. Ja, wo bist denn du? Jetzt musst du nicht in die Ritze da fallen. Nee, nee. Wie auch immer du hochgekommen bist, du bist da oben. Sehr schön. So, Rest der Zwergen ging. Beispiel nehmen. Auch machen. Ja? Wo ist denn eigentlich der Rest? Eins, zwei, drei. Da seid ihr, genau. Und die Großen? Ah, okay. Gut, ihr könnt natürlich schon ganz, ganz viel. Jawohl, sind sie. Da warst du lange nicht mehr, ne? Im Abstellzimmer. Zeigst du mir jetzt auch, wie du runterkommst. Ja, wow. Super, super, super. Ja, Leutchen. Dann werdet mal schnellstens innen ganz sauber. Dann kann es bald losgehen. Oh, die große Welt. Toll, Leute. Ich hol euch gleich wieder die große Wanne, ne?